Hey Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Wir waren zuletzt hier im Teekann-whatever-Viertel. Und ja, ich würde sagen, ich mache mich mal einfach weiter auf den Weg. Versuche... Oh, verirrt und kein Schimmer, wohin? Versuche es mit Schrumpfen, wenn du Fallchen siehst. Ist man geschrumpft, wird der Schrumpf sind verborgene Pfade und Weisende... Äh, Pfade... Hatten wir doch aber schon. Das hatten wir doch schon. Ja, wahrscheinlich beginne ich einfach nur hier nochmal. Vom letzten Speicherpunkt. Sammle natürlich fleißig Zähne. Jubs, jubs, jubs. Okay, dann sollen wir also da lang. Es ist nur so. Kann ich eigentlich wieder zurück? Kann ich... Oh nein. Und wenn ich hier so rauf... Ach, das ist ja doof. Ich hatte nämlich so ein bisschen das Gefühl... Dass da noch eine Erinnerung und so Zeug war. Hey, wer bist du denn? Was fällt dir ein? Da können wir noch durch. Immerhin. Dann eben so. Ah, das wollen wir nicht verpassen. Diese Flasche. Noch irgendwas hier? Nee, jetzt kann ich einfach nur wieder zurücklaufen. Wir haben eine Flasche gefunden. Huch. Huch. Wenn ich hier nicht mehr zurück kann, dann habe ich wohl Pech gehabt. Ich hätte dann nicht runterspringen dürfen. Was steht hier eigentlich? Die Hutmachers. Aha. Okay. Gut. Gehen wir mal hier lang. Folgen wir einfach mal den Zähnen. Ein bisschen so ein Linksschwenk. Alice wäre nicht schlecht. So. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstempfindung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Mhm. Okay. Nee, nicht direkt schießen. Erstmal so ein bisschen zielen, Alice. Muss genau stimmen. Da war wieder nur Schweineschnauze. Sehr schön. Ich weiß übrigens gar nicht, was diese Flaschen bedeuten. Die ich immer einsammle. Was ist hier oben? Was ist da? Seilbahn holen. Machen wir das mal. Oha. Holen wir mal die Seilbahn. Aber da einsteigen will ich noch nicht. Weh, du steigst jetzt automatisch ein. Mädel. Jetzt steigt sie da automatisch ein. Ey, ich habe die Schweineschnauze gemacht gehabt. Ich war noch gar nicht fertig. Oha, das ärgert mich. Ich will selber entscheiden können. Gutmachers Domäne. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv. Und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen Gut und Böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig totbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie übel. Es geht nicht um Fall. Es geht um Watt. Und nun halte ein und den Mund. Wie du sagst. Typisch. Na super. Attacken mit der Vorpalklinge sind schnell und heftig. Tötegleitenden Verfall schnell, bevor er entwischt. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Auf dem Luftstrom kannst du Alice drehen. Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms oder bewege dich einfach aus ihm heraus. Ich höre eine Schnauze. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich höre sie ganz nah. Ich glaube, ich muss trotzdem wissen, obwohl sie könnte auch hier unten fliegen. Ach, hier ist sie nicht. Wo muss ich hin? Da hast du zumindest eine Erinnerung? Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hoch gepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Wo ist die Schnauze? Oder ist sie doch hier irgendwo draußen? Wo ist die Schnauze? Was ist, wenn sie doch hier drinnen ist? Weil hier höre ich sie wieder lauter. Ganz nah sogar eigentlich. Aber ich sehe sie nirgendwo, Leute. Ich finde die Schnauze nicht. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Ich muss ganz genau hinhören. Naja, ich... Keine Ahnung, wo die hier sein soll. Als ob sie so vom rechts käme. Irgendwo da. Da oben vielleicht. Aber da komme ich ja nicht so einfach hin. Ach, da kommt schon wieder so eine Geschirren. So eine Irren mit dem Geschirr. Boah, das mit der Schweineschnauze, ne? Das ärgert mich ja jetzt schon. Das Spiel hat erst angefangen. Ich denke, es ist besser, wenn du stirbst. Da hinten ist eine Erinnerung. Oder eine Flasche. Das gibt's doch nicht. Wenn ich hier das Schnauzen nicht mehr höre, dann hätte ich doch da unten die finden müssen. Aber ich sehe sie von hier auch nicht. Komisch, oder? Hm, einen Versuch mache ich noch. Hier höre ich sie immer ganz laut. Komisch. Als ob sie eigentlich hier irgendwo rumfliegen würde. Vielleicht übersehe ich sie ja auch nur. Ach, was soll's. Keine Ahnung. Blöde Schnauze. Sehr ärgerlich. Vielleicht finde ich sie ja doch noch. Ach, ich liebe die Kulissen hier. Ich höre manchmal auch auf zu reden, weil ich einfach nur genieße. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel und wollt, dass ich mehr plaudere. Kann ich natürlich auch machen, aber manchmal, finde ich, kann man auch Let's Plays gucken, wenn man die Dinge einfach nur mal so ein bisschen auf sich wirken lässt. Okay, das ist schon mal gut. Obwohl es auch ziemlich eklig ist. Mit diesen komischen Enden, die hier hängen. Das ist gut. Geh mal weiter hier jetzt. Auch das ist schön. Das sieht man so stehen bleibt auf einmal. War hier nicht auch noch was zum Kaputtmachen? Genau. Hier höre ich kein Oink Oink. Also kein... Ihr wisst schon. Okay. Okay. Mach! Ja, okay. So, und hier werden, ähm, diese komischen Hühner gebraten, diese Viecher. Aber hier höre ich auch keine Schweineschnauz. Ich glaube, ich habe sie einfach nicht gekriegt. Wo soll ich denn lang? Also hier komme ich nicht lang. Ich muss hier irgendeinen Hebel noch betätigen. Mhm. Mhm. Das ist schon ein bisschen eklig. Diese Irren zu töten mit ihrem Geschirr. Ja. Tja, ja, ja. Überall Geschirr, was hier so rumfladdert. Und keine Schweineschnauze. Sehr ärgerlich. Nein. Da war sie zu schnell weggegangen. Oh, und die Erinnerung da hinten. Da muss man doch irgendwie noch rankommen können. Das geht gar nicht. Ich will den Weg wissen. Stirb doch endlich mal. Lass deine Gabel fallen. Komme ich da einfach rüber? Will ich da überhaupt rüber? Ich will da hinten verdammt nochmal die Erinnerung haben. Außerdem ist da ja auch eine Blume. Gut, da hätte ich hinspringen können. Aber von der einen mittleren Plattform auf die da hinten das ging nicht. Das wäre viel zu weit gewesen. Also wie kommt man da hin? Komisch. Ein bisschen komisch. So, wenn ich mich klein mache? Wenn ich mich klein mache, kann ich dann hier rein? Nö. Ist einfach nur eine umgedrehte, kaputte Tasse. Ach ja, toll. Keine Erinnerung. Schweineschnauze verpasst. Alles schief gelaufen. Jetzt machen wir wenigstens die Sachen hier kaputt und sammeln ein paar Zähne. Oh, sogar einen goldenen. Das ist natürlich immer schön. Je mehr Zähne, desto schneller ein Upgrade. Ich schätze mal, ich soll auf die Plattform. Herzlichen Dank fürs Transportieren. So, jetzt geht's los hier. Nehme ich mal an. So, jetzt geht's los. Menno, die machen mich hier noch platt. Lass doch mal dein Schild fallen. Mann, du nervst mich. Ja, super. Er hat mich getötet. Ja, ich möchte fortfahren. Natürlich möchte ich fortfahren. Und zwar genau an derselben Stelle. Das war echt blöd. Das war jetzt nur noch einer. Die lassen ja nie ihr Schild fallen und mit dem Messer kann ich auch nicht angreifen. Also, kann ich ja nur mit meiner Pfeffermaschine drauf ballern. dass der mich immer kriegt. Wow. Ja. 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 Wauw. Ich will auftreffen. Mann. 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 Mann, können die jetzt mal sterben? Ja, endlich! Einer weniger! Ich höre eine Schnauze! Stirb! Ja, und er immer, ne? Ich natürlich nicht. Nein! Oh, das gibt's nicht! Scheiße! Oh, jetzt reg ich mich aber auf. Und ihr lacht dabei wahrscheinlich. Oder ich lache selber über mich. Ey, das ärgert mich jetzt gerade. Leckt mich. Boah, und es nervt voll, dass ich die mit meinem Ding nicht angreifen kann. Ich werde jetzt mal eben Cut machen, ganz ehrlich. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich sie besiegt habe. Bis gleich! Oh, endlich! Ich hab's geschafft. Aber irgendwie ist die Situation immer noch nicht ganz begradigt. Nerviger Blödsinn hier. Echt. Tut mir leid, dass ich das jetzt verfehlt hatte. Aber ich dachte, nee, ich mach lieber einen Schnau. Oh, nö! Nein! Nein, nein, nein! Ey, ich brauch Heilung. Ich brauch Heilung. Ja, kommt mal her, ihr blöden Arschgeigen. Schnell weg hier. Okay, also nur noch der Idiot wieder. Ey, das gibt's gar nicht, wie lange dieser Kampf dauert. Ja, komm her. Ey, ich weich aus, aber sie macht's nicht rechtzeitig. Das nervt. Ich sterb gleich wieder. Komm. Vielleicht gibt's da noch eine Kiste mit Heilung oder so. Üh, du was. Wie blöd. Da kommt er. Mein Verderben. Na, endlich! Oh, Gott sei Dank. Juhu, zweite Klappe frei. Und endlich kommt auch wieder der normale Sound. Ey, nicht diese Kampfkacke. Wo ist jetzt die Schweineschnauze? Schweineschnauze! Wo höre ich dich? Wo finde ich dich? Da oben nicht. Vielleicht hier drüben? Oh, jetzt ist sie laut. Hier muss sie irgendwo sein. Die ist doch laut hier. Da. Wo ist sie? Gibt's doch nicht. Bestimmt hier irgendwo hinter der Wand oder so. Ich geh nochmal da rum. Also beim Kämpfen hat man ja keine Zeit, darauf zu achten. Hier ist sie nämlich auch recht laut. Muss irgendwo in der Nähe sein. Na gut. Komisch. Als ob sie direkt hinter mir wäre. Wenn ich jetzt hier weggehe, finde ich sie dann überhaupt nicht mehr? Zeig dich doch. Ich such dich doch schon. Es ist so fies mit den Schnauzen. Echt. Hm. Eine merkwürdige Angelegenheit. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Komisch. Aber ich könnte noch den Weg da nehmen. Dann finde ich vielleicht auch die Schnauze. Da ist sie ja. Juhu. Ah, schön. Mit einem Körbchen. Und eine Erinnerung. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen. Nie versperrt. Ich brauche keinen Schlüssel. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich einen Cup. Cup, Cup. Ein Cup. Einen Cut. Und, äh, genau. Nehme einen Cupcake zu mir, genau. Und, äh, äh, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.